Im Folgenden einige Beispiele, in denen vor allem die Potenzen innerhalb eines Logarithmus zu beachten sind. Das bedeutet in diesem Fall, dass wir schreiben können 3 mal Logarithmus von a. Ich habe in allen diesen Beispielen mal den dekadischen Logarithmus verwendet. Wir erinnern uns, in allen Fällen gilt die Basis 10. Das heißt also, in der zweiten Aufgabe, wir haben wieder einen Quotienten, in dem der Nenner a hoch 3 heißt. Das bedeutet also, wir können schreiben Logarithmus von 1 minus Logarithmus von a hoch 3. Und an dieser Stelle sollte man daran denken, dass wir natürlich hier noch etwas weiter vereinfachen können. In der Form, dass wir schreiben Lg1, also dekadischer Logarithmus, minus 3 mal dem Logarithmus von a. Auch hier eine Kombination aus verschiedenen Rechenoperationen. Einmal das Produkt, einmal die Potenz. Bedeutet also auch, wir könnten schreiben 3 mal Logarithmus von a mal b. Und diesen Logarithmus von einem Produkt, da erinnern wir uns, könnte man natürlich auch schreiben als 3 mal, jetzt dürfen wir natürlich die Klammer nicht vergessen, dem Logarithmus von a plus dem Logarithmus von b. Okay, in diesem stellt sich es wieder etwas einfacher dar. Wir können einfach schreiben 2 mal Logarithmus von 5. Auch in der nächsten Seite ist es recht schnell formuliert, x mal Logarithmus von 100 und n mal Logarithmus von z. Ich fasse zusammen, in jedem Fall ist der Exponent dieser Potenzen als Faktor vor dem Logarithmus zu schreiben. Und sofern es in diesem Logarithmus noch Teilrechnungen gibt, wie dieses Produkt beispielsweise, dann wird dann dieser Term nochmal in die entsprechende Summe zerlegt.